Kunst steht im Netz und soll für alle da sein. Copyright hat ausgedient. Jetzt sagen sie natürlich, wenn Kunst im Netz für alle kostenlos ist, verhungert doch der Künstler. Dafür gibt es jetzt das KGE, das künstlerische Grundeinkommen. Die perfekte Mischung aus Kulturflatrate und bedingungslosem Grundeinkommen. So müssen sich Künstler um ihren Lebensunterhalt nie wieder Sorgen machen. Und wer kontrolliert, ob das alles echte Künstler sind? Dafür gibt es gut funktionierende Bürokratie. Die KPG, die Künstlerische Produktionsgenossenschaft. Sie entscheidet, wer ein Recht auf das Grundeinkommen hat und sorgt dafür, dass Künstler effizient arbeiten. Endlich haben Freigeister geregelte Arbeitszeiten und einen ordentlichen Arbeitsplatz. Nie wieder schlaflose Nächte, chaotische Ateliers und bewusstseinserweiternde Drogen. Arbeitsteilung und ein gut durchdachter Workflow machen nicht nur den Künstler zufriedener, sondern auch die Kunst schöner. Und das Beste? Um 17 Uhr ist Feierabend. KGE und KPG. Und die Kunst ist sicher. KGE und KPG. KGE und KPG.